ab zur trocknung ja können schon drei gitarren trocknen mega gut ganz kurz gucken wie lange dauern die ist fertig ist ja gar nicht die ist ja gar nicht gar nicht doch doch nicht fertig ok trotzdem ich mache ich mache ja schon 1 und 200 und 3.000 und 40.000 und fünf milliarden nach fünf nachrichten was ist denn da los ich habe es ein lieferer und keine kunden anfragen da kommen hinterher warum muss echt anfangen bei mir es geht sonst nicht gerade kostenlos und ich möchte aber 40 prozent von gewissen ist doch quatsch ist ja die kostenlos mit arbeit sagen wir 20 vom gewinn du musst du die kleber arbeiten machen ab dafür fast fertig schön weg damit der stressige teil gleich das bilden seit wieder auf die leute geht das glas mit mir guter alter klingonische trinksprung auf euer wohl deckenrand stimmt ja lackieren da war ja was ich hätte gern dickeren kann ich sagen dickeren finsel dafür wie gesagt das spiel sehe ich ganz cool aber es ist doch sehr repetitiv das bereits nach dem zweiten mal gitarre bauen der letzte test als let's play reihe das ganze das müsste er im weg geben das ganze zu beschleunigen jeder wird auf dauer motivation bietet fertig nächste also ich bin einer seite reihe da hat man so schlecht von hier oben danke schön hell vor allem so schwarz jedes mal kein licht hinkommt kaum es braun drauf sieht man es braun als wenn die farbe das wieder mal da wäre was das für der quartal der quatsch ist ne aber klar ist es kostenlos muss nur gewinne zahlen das ist gar nicht kostenlos du willst trotzdem was haben mensch dieser waren will ich umsonst arbeit verstehe ich gar nicht und das passen wir umsonst dran andere 35 25 25 25 und wir haben die das spiel kostet aktuell durch early access und startbonus gab 22 euro dafür für ist ganz schön doll ehrlich gesagt was das spiel montan scheinbar zu bieten hat für 10er wäre schon eher was denke ich aber gut so jetzt bin der spezial gitarre für den auftraggeber warte kurz kamera wackelt so blöd Wusch, wusch. Oh, was für ein dicker Lack. Erkennt man gar nicht. Oh, das sollte ein Pädagramm werden. Ich will die gelbe Gitarre haben, wie kotzig ist das denn? Total scheiße aus, das Post-Auto-Gitarren-Ding. Äh. Nee. Keine gute Wahl des Käufers. Aber was rede ich mir rein? Soll er halt machen. Sieht rotz-hässig aus. Das meine ich wörtlich. Sieht einfach aus, wie was aus der Nase kommt. Ach. Fui. Naja. Ich würde 1.000 Euro verlangen, der wird es total bereuen, das genommen zu haben, wie das Modell. Das ist dann einfach so. Was? Okay, dann 38. Ich bin bei 20 wieder. So anfängst, wie ich war bei 20%. Und den Hals nochmal ein bisschen. Drehen. Boshibushi. Boshibushi. Lass das Ganze hier. Das kann man machen. Da haben wir gleich 6 Uhr hier im Spiel. Wir sind randklotzen hier. Dann muss man es schaffen hier. So. Ich glaube, der Hals um an, dann muss 10% was schaffen. Bevor ich mich umdrehe und den Kopf verarbeitet in den Hals. Oder? Ich weiß nicht genau. Äh. Achso. Das hier ist abschließen. Also was doch noch nicht fertig gewesen. Jetzt doch. Hä? Das hier war 96%. Was? Vorhin ging das nicht hoch. Oder war das was anderes gewesen? Hat vorhin nicht funktioniert. Da muss ich bei so und so Prozent das mal umdrehen. Aber okay. Wenn du meins spielst, dann meins los. Und wie das Gap alles versaut. Auch den Klang. Die wird es wahrscheinlich mitreißen. Da denke ich jetzt die Seiten so. Äh. Du bist pisst gelb. Äh. Ich spiel für dich auf Pisse dann. So. Entschuldigung. Für diese vulgäre Ausdrucksweise. Aber das muss einfach sein. Bei so einem schlechten Geschmack. Geht einfach nicht anders. So. Fertig. Ab zur Trocknung. Ach. Siehste. Stimmt. Es ist wieder trocknet. Danach ist die Seiten. Ich bin noch fertig. Kommode. Weiß ich nicht. Am Arbeitstag. Wie ja nicht schätzt ich. Ab dafür. Raus bitte. Raus. 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 Die Kamera soll aufhören sich mitzubewegen. Das nervt. Ich bin ganz woanders schon. Das wäre viel schneller, wenn die Kamera nicht mitbewegen würde. Einfach. Du darfst das. Das ist das wachsende Knallzuschern. Bis zum nächsten Mal. Ja. Trotzdem. Ja. Achso. So. Klar. Vergessen. Das Ding ist, ich habe ja meine Erfahrung. Man hat viel zu machen im Spiel. Weil meine Erfahrung ist wie bei einem Stern. Ich kann auf fünf hoch. Und das ist nur auf ein einziges Holz bezogen. Aber letztendlich wird es ja nicht anders als Gitarre bauen. Auch wenn ich das tausendmal mache. Und wenn ich das Erfahrung nach oben kriege. Bleibt es ja der Leipotes beim Spiel. Das ist so ein bisschen. Ich bin aktuell echt skeptisch. Das Spiel wirklich über viele Stunden begeistern kann. Im Early Access Program. Weil es kommen ja offenbar noch andere Sachen dazu. Ich habe ja schon gesehen, was alles noch nicht dabei ist. E-Gitarren so weiter sind auch noch nicht drin. Das ist dann auch vielleicht ein bisschen was anderes. Oder generell andere Gitarrenmodelle bauen. Ich habe gerade eben nur die ganze Male. Ja. Drei ausgelt. Das ist bisher eine einzige Form davon, glaube ich. Fertig. Also hier, da mag vielleicht noch was kommen. Aktuell bin ich skeptisch. Das ist cool. Volles bunt gerüst und so weiter. Aber den 20er Wert weiß ich nicht. Das weiß ich einfach nicht. So. Das Rauben auswählen. Ich habe das neun hiervon. Das ist ja ungünstig. So. Das ist ja auch hiervon eine ganze Ladung. Hat ja noch bei zwei Dringer. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber nicht. Nein. Kamera weggedreht. Warum macht man sowas wie die Kamera? So. Ich bin gerade sauer angekommen. Jetzt bin ich gleich Schluss bei mir. Ach. Spielst du auch noch heute? Ja dann viel Spaß beim Lörd und viel Spaß beim Spielen. Dann mach her. Ich bin jetzt bei knapp einer Stunde. Ich glaube ich höre auch nach diesem Arbeitstag auf quasi. Und dann esse ich Mittag und ich glaube auch bei dir ein bisschen reinlinien, wenn du was machst. Bis ich wie er selbst dann bin. Ich bin nachher noch über Diablo. Aber bis dahin. Guck dir ja mal ein bisschen Varu an nachher. Jawoll. Mein Co-Gitarren-Worker. Abgeschlossen. Aber stimmt, das habe ich schon gemacht bei anderen. Das heißt, ich bin dann doch die Klemmen schon los. Zack. Und kann die hoffentlich hier wieder einsetzen bei der nächsten Gitarre dann. Oder muss ich nicht einsetzen, weil ich das gemacht habe. So rum. Tau ist mal rumfahren hier. Doppelte Schicht fällt doppelt gut. Das ist ganz logisch. Ganz logisch. Automatisch bitte. Ja. Klebstoff. Schnüffel, Schnüffel, Schnüffel. Zack, Zack, Zack. Da steht da was. Da steht jetzt mehr. Das ist alles doll. Mann. Spiel. Ein Griffbrett braucht die Welt. Ganz wichtig. Ohne Griffbrett kann man nichts greifen. Schockieren erkennt es. Ich weiß. Bei manchen war es noch nicht klar. Ihr habt es jetzt schön schnell. Zack, Zack, Trette gestreift. Fehlt es da mal irgendwie ein Prozentchen. Aber am Prinzip, zack, zack, alles drüber. So soll es doch sein. Das war ein schön großes, dickes, breites Teil. Ähm, ne? You know. Hier habe ich ganz viele von. Was? Ich glaube, ich habe hier viel zu viele. Weil ich mit allen anderen Klemmen, die ich zu habe. So, haben wir das? Sagt euch jetzt noch. Ähm, genau. Hier ist kleine Teil. Immer sehe ich gerne. Das ist aber auch ganz wichtig. Stocknung. Stocknung fertig. Juhu. Dann ab dafür. Dann aber, zack, ist ja noch. Also, noch zwei Stunden. Knapp. Raus mit den Klemmen. Siehst du. Noch genug ab. Zack, 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 zack. Okay. Weg damit. Na, na, na. Okay. Auch mal ein bisschen Lack drauf bauen hier. Schöne Qualität. Automatische Konfiguration. Ein bisschen kleben, kleben, kleben. Wusch, 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 wusch. Über alles rüber streichen. Alles verklebt. Ich habe einfach alles verklebt. Mich hilft mir, auch wenn das gar kein Ansatzpunkt ist. Ist egal. Völlig egal. So, dankeschön. Plopp. So, noch mal was fett machen hier. Doch, habe ich noch. Habe ich noch. Alles gut. Ja. Bitteschön. Einmal umdrehen, bitte. Zack. Habe ich ja gerade abgebaut, ne? Nein, da bin ich abgebaut. Oh, die fehlen nämlich jetzt. Damn it. Die fehlen jetzt natürlich. 9, 3, 4 hatte ich. 5, 4 davon noch. Ich hatte die ja bestellt, ne? Glaube ich. Nur ein paar Tage später. Also, langsame Bestellung. Zubehör. Wo ist nicht meine, meine... Da. Ne, nicht meine... Nicht, was ich bekomme. Nicht, was ich verkaufe. Finde ich das. Ich weiß es nicht. Warte, keine Nachrichten? Schienen Sie ein Boot unten rechts. Ah, ich kann mit Kursen auch meine Fertigkeit erhöhen. Okay. Aktueller Wert. Erzielter Wert. Uiuiuiuiui. Vor allem, das hier ist geil. Wenn ich dann schneller die Dinger reinschraube. Das ist auch wirklich auch sehr zeitaufwendig. Das nervt ganz schön. Finde ich gut. Aber ja, ich kann meine Skills einfach erhöhen. Einfach ist gut, aber es geht halt. Der E-Gitarn-Kurs haben. E-Gitarn-Kurs. Was? Ach, komm mal. Später Verstecker bauen. Das ist natürlich auch cool. Was will keiner? Aber Akustik-Päste sind supergeil. Finde ich komischweise genauso wie Gitarren aussehen. Hier ist es nicht richtig, weil das Hals wird viel länger sein. Hier ist es ja richtig gemacht. Wobei, doch ja. Hier vielleicht sieht es auch länger. Ich glaube, ich muss sie nicht abholen, nein. Die wurden jetzt ja auch einfach eingeliefert und waren einfach mal da. Nee, nee. Das müsste eigentlich so funktionieren. Deswegen bin ich ja ein bisschen irritiert. Was wäre die Nachricht jetzt hier unten? Da. Alle geliefert. Zangen geliefert. Hast du doch die falschen Zangen gewesen oder was? Oder ich muss die erste Nachricht erstmal abwarten. Das kann auch vielleicht sogar sein. Nein. Ich habe die falschen Klemmen geordert offensichtlich. Oh, ja. Dafür noch sechs Stück. Aber ich weiß nicht, ob ich die Bretz geordert habe. Weil ich sie nicht nachtesten kann. Das ist doch bescheuert. Ach. Hier sehe ich es. Ich kaufe gerade die hier richtig. Und das sind acht unterwegs. Okay, ja. Ich habe die richtigen geordert, aber es dauert noch ein Weilchen. Schön blöd. Was heißt das denn hier? Also, beim Laden verfügbar oder was? Nee, bei mir verfügbar. Genau, genau. Ich habe drei übrig. Das sind diese drei. Ja, okay, doch. Da muss ich einfach warten darauf. Einbrecher also. Ja, genau. Wobei ich denke mal, dass du die automatisch im Laden. Aber da ist schon quasi ein... Da wünscht ich irgendwie ein... Nee, keine Tür da. Okay. Ja, dann weiß ich auch nicht. Einbrecher. Beste Erklärung. Hey, fertig. Das heißt, da bekomme ich gleich die Klemmen. Nein, kriege ich natürlich nicht. Viel zu wenig für diesen großen, fetten Klemmen. Das gibt es doch gar nicht. So. Stege, Bündel. Ab dafür. Ja. anstrengend die da auch noch bitte das haben wir jetzt in game um 27 ich habe noch zeit das schaffe ich noch ich meine auch fertig heute hier die gitarre da gibt es profit das war schon regulieren sagt ob dafür also schraube vergessen links würde ich eigentlich hatte geht nicht ich will das seit dran machen fange ich damit an was soll es mechaniken sind sehr mechanisch wenn er meint ich muss ein stück nicht die seite herausstimmst du ganz vergessen das wird doch okay ich kann mal geduld halten dann doch nicht eine gewisse berührung zu der schraube aber an der spitze anfang an passen seiten kann man zwischen anderen nein haben sie nicht habe ich die nicht auf schnell transport gehabt dann wird es doch nichts mehr werden mit gitarre fertig stellen schön blöd dazu gehört doch richtiges zeug seiten nichts auf dem weg das seiten gekauft gab die ganze menge wo sind die alle hin ich habe keine seiten mehr ich habe dafür gekauft vorhin ich brauche ich super viele seiten gekauft das war ganz genau ich habe doch von diesem mittleren teuren kannst du machen silvery tv kann sie gerne machen auf eigene gefahr ich habe doch seiten bestellt gehabt vorhin wo habe ich denn ich will die übersicht meine ganzen käufer haben bitte wo ist so eine übersicht bitte so bestätigung dass ich sie gekauft habe zum beispiel ganz cool das geld ist doch weg auf jeden fall ist aber nichts da im lager offensichtlich obwohl ich auch nichts auf dem weg habe ich sehe richtig deute viel hübscher gitarre viel hübscher gitarre kann ich auch nicht warum was soll's ach hier noch mal seiten drauf kategorie seiten 36 bekommst aber wann kommt das denn sechster was haben wir das spiel aus hier den vierten ich habe keine eilieferung gemacht das war das problem ok was muss ich nicht auftauchen das ist ja eigentlich auf dem weg sein da holen wir als sechs noch immer hilft ja in zwei tagen muss die los aus die getan ich habe 3 8 stück muss ich halt so machen dann extras gab nicht geplant war das heißt aber ich würde heute mit kein gitarren fertig werden diesen arbeitstag auch ärgerlich so und seiten ist nichts mit dir also weg damit endlich bearbeiten zurück in den schrank trocktes nicht also dahin na dann mache ich was ich machen kann jetzt hilft ja nichts das ist nicht so gut gelaufen weg damit das die die ich habe gerade geil warte mal ganz kurz doch die arbeit wurde auch nicht verändert hier das ist unglaublich sound hier weg ach dankeschön ekelhaft ok ich hab doch bis 19 mal gestern gearbeitet oder nicht war ich der meinung egal die stunde spät ist um der tag ist auch um vor allem vor allem heißt nein das soll ich auch kaputt kann ich speichern ja raus hier ja hört nicht auf das war der music store simulator ich werde noch ein bisschen weiter spielen keine frage aber ich glaube es wird kein so mega langes display weil es wird doch jetzt das letzte test über ein paar folgen ich glaube so viele bietet das tatsächlich aktuell war nicht immer das groß zu zeigen aber soweit ganz cool aber wie schon erwähnt ich finde da muss auf jeden fall eine ganze menge langzeit motivation mit rein immer das gleiche gitarren bauen gedöns meine e-gitarren und beste beste nicht wirklich aber e-gitarren werden sie noch ein bisschen anders bauen wahrscheinlich als die akustik gitarre und verstärker die man glaube ich noch nicht bauen kann in diesem early access auch nochmal aber bis dahin naja ich will noch e-gitarren bauen auf jeden fall soweit wir noch spielen und dann mal schauen ob das spiel bei laune hält ich habe so meine zweifel dennoch soweit ganz cool aber 20 euro finde ich doch ein bisschen zu doll dafür also rein vom spielspaß her und von der abwechslung das ist die entwicklung per se wertes die da drin steckt das glaube ich durchaus aber wie gesagt das spiel muss ich erst noch ein bisschen beweisen bei mir sowieso schön was da gewesen seid nachher geht's noch mal zu diablo 4 und guck ich kann dir wieder nicht sagen wann diablo 4 aber es wird dir sowieso egal du bist ja nachher bei blaufuchster ja es ist wurscht aber ist wie es ist ich kann dir keine konkrete zeit sagen gestern habe ich gesagt ja ich mache so und so uhr zeit und dann kam dann aber dann geht doch hier lieber besser und dann muss ich wieder umdisponieren spontan ist halt etwas so heute morgen wollte ich auch schon streamen und anfühle ich mache jetzt einen stream und das ging auch halt wieder nicht gut weil ich ja gestern woanders hin musste was machen das geht halt einfach nicht es ist innerhalb der der nicht urlaubszeit immer ziemlich einfach oder es ist ziemlich einfach es ist einfach her mit genauen zeiten aber im urlaub fülle ich daneben und der geht immer drei wochen bei mir also hast doch mindestens zwei wochen quasi spaß ist wie es ist wie es ja auch sein liebe leute bis zum nächsten mal oder bis nachher bei diablo schönste da wart ciao